Ja Bruni Nanni, die Stella hat noch der kleine Deckel. So Kalimän, ja ruhig, gib mal ein Teil ab, gib mal ein Teil ab, gib mal ein Teil ab. Kein Stück, ne? Hier Bruni, kannst du ein kleines abhaben. Ja, aber du musst doch irgendwo, da hast du es jetzt doch aufgegessen. Ne, er hat es jetzt anscheinend doch aufgegessen. Ja, da geht man. Ja, das ist aber auch noch Schokolade, das tun wir aber auch noch eben in den Schatten. Ja, mein Stühlchen, das heißt mein Stuhl, eure Stühle. So, mal probieren mit den Scheren, gehen wir mal nach hinten. Hier war ich gerade mit Eurer am Arbeiten, auch Eurer. Ja, und zwischendurch Bunnies werfen, deswegen, ne? Kommst du mit Schnurzchen? Ja, 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 was dem? Ja, ja, ja. Ja, 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 hast doch gerade fein gegessen, ne? Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ah, da ist ja meine Hünibande. Ne? Meine Räuber. Ne? Und warte, was ich hier an Löwenzahn habe, ne? Ganze gelbe, alles Löwenzahn. Ne, Babys? Kommst du mit, Schnuggi, Schnuck, Schnuck? Das freut die Bienchen. War das wirklich alles voll? Ja. Ja, Schnuggi. Ja, Schnuggi. Ach, ich wollte dir. Ja, müssen wir gleich noch machen, Schnuggi, ne? Ja. Ja, Schnuggi, Schnuck, Schnuck. Schnuggi, Schnuck, Schnuck. Ja. Ja, komm. Ja, komm, Schnauzi. Wahnsinn, ne? Ah, das Löwenzahn, Löwenzahn, Löwenzahn. Findest du auch Wahnsinn, Schnuggi? Ja, ne? Ja. Hier, den habe ich ganz schön runtergeschnitten, ne? Und da an den Resten können wir mal probieren. Wie schön die Scheren schneiden. Ja. Cool, gell? Mal probieren. Boah, guck mal. Ganz leicht ging das. Das ist doch besser als die eine Schere dafür, ne? Die hatten da nicht die Kraft für. Ui. Ja, super. Cool, danke schön. Das muss ich nämlich alles noch klein machen. Ja. Alles noch, ne, Kinders? Dann lassen wir es im Sommer trocknen. Und dann habe ich im Herbst-Winter schönes Anzündhölzchen. Ja. Ne, Schnuggi, Boogie? Ach, guck mal, schnipp, schnapp, wie das geht. Cool, danke schön. Ups. So. Ne? Schnuggi beim Boogie? Wo kommst du immer mit, wenn ich durch den Garten latsche, ne? Ja. 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 Also.